Trotz erheblicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Vergabe von Steueridentifikationsnummern hat das Finanzgericht Köln sieben Musterverfahren abgewiesen. Am Ende waren die Richter nicht überzeugt genug, dass das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung höher zu bewerten ist, als das Interesse der Allgemeinheit an einer gleichmäßigen Besteuerung. Nach Einschätzung der mehr als 170 Bürger, die hinter den Musterverfahren stehen, bereitet die bundeseinheitliche Steuer-ID den Weg zum gläsernen Bürger. Egal ob Baby oder Greis, steuerpflichtig oder ohne Einkünfte, jeder Bürger erhält eine Steuer-ID. Dagegen wehrten sich die Kläger in dem Musterverfahren, zum Teil auch aus religiösen Gründen. Das Finanzgericht Köln äußerte verfassungsrechtliche Bedenken, insbesondere im Hinblick darauf, dass es durch die zentrale Erfassung aller Bürger sehr einfach werde, Datenpools zu vernetzen. Es bestehe die Gefahr, dass der Staat Persönlichkeitsprofile erstelle. Auch die Vorratsdatenspeicherung sei kritikwürdig. Auf der anderen Seite sei es aber auch wichtig, dass der Staat die Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleiste. Und das funktioniere nur durch effektive Kontrollmechanismen. Es bleibt nun abzuwarten, wie der BfH die Steuer-ID beurteilt. Die Kölner Richter ließen die Revision zu.